Ja, es ist das alte Spiel, Antifa gegen Neonazis. Am Ende werden wir hier herausfinden, wer mal wieder die Dümmeren sind. Ich glaube, die Antwort kennen wir zwar alle jetzt schon, ich fange trotzdem noch mal ein bisschen sachter an. Es geht los, hier sehen wir es, Antifa gegen Neonazis. Das sind Symbolbilder, aber ich glaube, es sollte zu erkennen sein, wer es ist. So, und die Antifa hat jetzt eine Aktion gestartet. Genau gesagt, die Zeitung Zekko, die bezeichnet sich als antifaschistisches Lifestyle-Magazin, auch nicht schlecht. Und die haben eine Facebook-Seite angelegt, die nannte sich Antifa-Feind-Aufklärung. Da tun die Leute von der Antifa so, als wären sie Nazis und würden über ihre Facebook-Seite wiederum Leute von der Antifa aufspüren wollen. Die haben die Seite gestartet, haben immer ein paar Links geteilt von anderen Nazi-Seiten. Da gibt es ganz viele, so Anti-Antifa und damit sie sich selber so ein bisschen glaubwürdig machen. Und dass ganz viele Leute und natürlich vor allem Nazis diese Seite liken, dass sie wiederum dann da diese Leute tatsächlich bekommen. Ja, und dann ging es sogar noch weiter, dass dann, so hier, ja, ziehen wir mal hier hin, so, dass ihr das erkennt, ne. Die Antifa wiederum hat dann mit ihrer Antifa-Seite, Antifa-Feind-Aufklärung, einen Post gestartet, wo sie ein Bild gezeigt haben und geschrieben haben, bitte verbreiten, ja. Ein angebliches Bild einer Demonstration, wo Leute demonstrieren, die dort nicht zu erkennen sind, die die dann aber kenntlich gemacht haben, ja. Und die, sozusagen, die Personen namentlich genannt haben. Angeblich seien das alles Leute von der Antifa, die wiederum dann hier kenntlich gemacht werden. Und die Leute der Anti-Antifa, also die Neonazis, ja, dieses Bild weiter verbreiten sollen, dass sie die aufspüren können. So, in Wirklichkeit sind diese Gesichter, die hierbei aufgetaucht sind, alles Nazis. Ja, hat natürlich keiner gemerkt, ne, wurde alles schön weiter verbreitet. Und die Leute, die das wiederum geteilt haben, sind natürlich dann auf dem Schirm gewesen der Antifa, ja, die diese Anti-Antifa-Seite betreibt. Und so konnten sie am Ende dann tatsächlich 1000 Profile sammeln, ja, für Antifa e.V. Und somit haben sie wieder diverse Nazis, hier sind sie, ja, so aufgespürt. So, und jetzt sehen wir es, wer sind am Ende die Dummen? Richtig hier, die Nazis. Ich weiß, wir katten die Anfangs schon am Anfang, aber jetzt haben wir es nochmal auf schwarz-weiß-rot. Und, sie sind die Blöden, ja, also die Antifa eine klavere Aktion, die tatsächlich funktioniert hat.